Es ist so echt schon, ich weiß nicht, wo man das starten kann. Ich muss, ich muss einmal, aber auch korrekt, weil meine, äh... Vielleicht einer von euch zufällig, wo man das hier starten kann? Nein. Ich will Simon schlagen, Simon findet... Ah! Ich vermute, ich will das geil. Ach Leute, könnt ihr nicht aufhören damit. Nein, nein, ich hab mich gerade selbst gebracht, weil meine, äh, hier Essensleiste fast leer war. Ja, geil ist, ähm... Alter, Leute, seid ihr behindert. Ach so. Nein, nein, ich bin Vegetarier, wenn das nicht hilft. Lass mich! Was, Vegetarier? Kann man... Es sind einfach an die... Alter, lass mich! Wer drückt da? Ey, ey, die Scheiß-Kuh greift wie ein... Wer schlägt wird der Band? Wer schlägt wird der Band? Ey, die Kuh schlägt rum, the Wave schlägt rum. Wie hälscht er? Ich bin John. The Wave, mit einer Reihe. Okay, Simon, jetzt, äh, müssen wieder unsere Sache erfüllen, ne? Okay, Slasher A, join. Ähm... 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 Oh... Mach mal ein Slasher A, join. Was? Ähm... Das ist das Problem, wenn man das einzige Mädchen ist. Alle rennen, alle rennen, ihr hinterher. Ja. Jetzt lass doch mal das Leben in Ruhe, Jungs. Hört auf, hört auf, nein, nein. Ich nehm hier Schwammi. Ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm Schwammi. Oh, was willst du mit mir? Simon? Ich werd zuerst da töten, Simon, ich schwärst, ja. Ja, ja, guck mal, ja. Sei still und schluck ihn. Sei still und schluck ihn. Na, schluck ihn. Na, schluck ihn. Julie, wie geht's dir dabei? Äh... Man kann ihn gar nicht angreifen. Hallo? Hahaha. Ich guck gerade, wo oder jeder Schalter los ist. Ja, war's ja ganz kurz, dann bin ich zufrieden und dann, äh, ja, höre ich am Aufhaben. Guck, wo oder los, Schalter ist angstlos. Ähm, jetzt ernsthaft mal, Jungs, hört mal auf Juli zu bedrängen. Das ist so schalig. Äh, Dragon here, oder? Wiss nicht. Ja, Alfred, aber du rennst dir die ganze Zeit hinterher. Ja, nein, 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 nein. Ey, ich glaub, das ist, ist kein, dieser Typ, der kommt da keins Glätschalz, sondern... Der haut's mir noch gut. Die kann man in der Schlaf? Wie alt bist du denn, Juli? Ich kann ihn endlich noch sagen, mir will, ganz nah, weil ich... Äh... Juli, wählt du denn? Eins. Äh... Was? Was, zwölf? Gut, dann müsstest du nur ein, jünger als ich, also gilt das nicht als Pidu. Bei mir auch nicht. Hä? Du musst du... Du bist doch 17, du musst 17, du musst 18, das geht also, das geht also. So lang war ich 18, ist jetzt alles okay. Das nicht. Ey, ich werde am 28 und in 20 Tagen werde ich auch... Ey, hohohohohoho. Also, wollte ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir dann behangen ganz drücken. Hi Leute, willkommen zu den nächsten... Schwammi, soll ich dir denn den Arsch zum Bluten bringen? Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt behangen games 3 auf, es kam heute erst raus. und ja wir haben Prozent jetzt mit Teams gemacht ich kann immer zeigen weil es mitspielt und ich bin mit Jalili mit Schwammi 815 mit dem bin ich noch im Team mit ihm bin ich noch im Team ich glaube keine Ahnung ja ich habe genommen mit Sebi bin ich noch im Team und ich muss mal kurz TS öffnen mit Aramis und mit Sims Stefan auch wenn Penis jetzt dicht ist ich wusste jetzt nicht was ich sagen und ich wollte dir einfach unbedingt ins Wort fallen ja auf jeden Fall für Hunger Games 3 zocken war und wir sind im Team wir 5 gegen die 6 und joa du hast 5 gegen 6? ja ein Herz äh ihr habt den Wort hm ich hab das süße kleine Mädchen genau wir haben Juli die immer so die immer so die immer so österreicheres spricht wo man kaum noch versteht kann ich ich hab das süße das ist doch nicht nö kannst du nicht doch boah ja ne aber passt schon also jedes fünfte Wort versteh ich ja ne 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 besser als überhaupt gar kein Wort ne ne Demons, ich bin neben dir. Ja? Darf ich korrigieren? Was korrigieren? Wache hin. Janik, äh nicht Janik. Schwammy, du hast schon einmal auch sein Hintergrund geblutet. So genau, ähm, äh, das ist übrigens, ja die neue Map, die sieht voll episch aus, der ganze Berg, ne? Wohin treffen wir uns dann? Wo treffen wir uns dann? Was für ein Kastodemo, das siehst du gerade aus. Die sind bei mir überall da, gell? Die Miet treffen wir uns doch. Also unter, unter den, also da wo, der, wo der Spawn ist, da wo das Glas ist, da, unten drunter. Wenn du mir sagst, wie ich wieder hinkomme, oh, Leute, ich glaube, mein Minecraft hat's jetzt. Ähm. Darf ich eigentlich Sachen kaputt machen und die mitnehmen? Du darfst nur Pilze kaputt machen und, äh, so, äh, Blätter. Und Lian. Genau, und Lian. Und Schweine. Und Tiere. Und Österreicher. Du Rassist! Nö, Österreicher, die sind ja in unser Team. Und die darfst du nicht kaputt machen. Pit, wir sind fünf Runden los oder so. Hallo, ich hab, ich brauch noch, äh, bisschen Fleisch. Ja, Fleisch. Ja, Fleisch. Nein, was ist das? Ich bin gleich tot. So, ich komm ans Spawn, Leute. Ah, schön. Uiuiuiuiuiuiui. Man hat mich aufgehängt. So, komm, ich seh da Leute, voll viele Leute am Spawn. Seid ihr am Spawn? Ich bin durch erstmal in der Energietrank. Was? Nein, das war EP-Trank! Leute, seid ihr am Spawn? Ich glaub, die alle anderen sind am Spawn. Ich renn einfach, ich renn einfach irgendwo hin jetzt. Ich hab keinen Bock mehr irgendwie. Ich renn einfach irgendwo hin. Leute, die anderen sind alle am Spawnpunkt. Hi. Oh, ist dunkel. Chinnen einfach irgendwo hin. Ist Schwammι bei uns? Ja, natürlich, Junge. Gut. Guck mal, das Aramis ist das bei uns oder? Aramis ist auch bei uns. Nein. Ganz viele Pilze, doch der ist bei uns. Doch, ich bin bei euch. Boh, Mycroft lag gerade. Prozent mein Kroft legt ist du ich bin ich bin draußen vor diesmal Koffer gut oder außen okay es geht wieder draußen aber jetzt müssen wir für den Eiziger verlegt ich kann von irgendwo hin im Dann... Wohl. Hä? Kettenhelm, komm. Out of memory. Ich hab's verloren. Okay, Leute, ich hatte out of memory. Jetzt müsste es wieder gehen. So ein Scheiß. Ich hab's ja schon genommen. Da haben wir Helm drin und Pfeile. Kettenhelm. Ich kann doch mal teilen. Wo seid ihr übrigens alle? Ich bin voll alleine. Wir sind da oben. Dann raus. Das sind wir zu bei? Wo sind wir mit? Das ist auch ein Scheiß. Das andere Team ist übrigens im andern TS. Ich bin im Wald. Im Dschungel. Ich bin ja bei irgendwas abgelegenem Dingster-Boomster. Wie alle folgen, okay, Arams. Wo zum Beispiel bin ich? Oh, Pilz. Wo bin ich gerade auf den Mauben? Wo bin ich? Ich bin draußen. Ich geh hoch. Leute, ich bin draußen und versuch gerade ganz oben auf den Berg zu gehen. Wasser. Sei dir denn? Ich bin in der Mitte. Ich bin hier auf diesem riesen... Oh, da ist jemand. Aram ist immer zu dem Haus. Oh, da sind die anderen alle. Ich habe gerade Wolfkritzler und so gesehen. Echt? Wo sind die, Simon? Weiß ich nicht. Irgendwie beim Wasser. Ja, aber da ist überall so. Ja, ja, aber was soll ich sonst sagen? Wieso? Ich bin auch auf der Bahn. Wo sind ihr? Also, ich bin gerade draußen und da ist eine Hängebrücke. Ich bin alone. Unter der Hängebrücke ist da. Toll. Ich gehe einfach mal den Fluss entlang. Kiste, Aramis. Ah, Simon, kannst du eine Hängebrücke? Du hast eine Kiste. Was kann ich? Simi. Simi, war es in der Kiste, war? Nee, was denn? Eine Goldfeldtacke, Leinfeldtacke und eine Holzfeldtacke. Hoi, ich hoffe, ich sterbe dafür, wenn ich nicht sterbe. Was kann man denn das späteschen? Andere Spieler totpacken. Klar. Das ist eine geile Idee. Nee, ich dachte schon. Ich kann mich mal da hoch. Das Brot, Elpil. Ja, kam leider zu spät. Ich habe zwei Eier. Ich auch. Simon hat so einen. Ja, hallo, wenn du das so sagst, was? Dimi, waren die anderen bei so Toysern? Nee, die waren einfach nur beim Fluss. Ah, hier ist eine Truhe. Was ist denn da drin? Eine Holzhacke und Goldstiefel. Hoi. Oh, Juli. Leute, ich bin wie ein Umfang. Wo seid ihr? Was kann man mit der... Bin irgendwo. Mit der Holz... Vielleicht selber nicht, genau. Was kann man mit einer Holzdingensen? Axt? Leute verbrücken oder was? In oben auf die... Ja, äh... Axt ist das beste Werkzeug oder was, mit dem man Leute vermöbeln kann. Axt. Oben auf diesen Baum, das weiß ich. Ich bin bei dem Berg, der wo so oft gefüllt ist, da lauf ich gerade hoch. Alter, wieder eine Kiste. Aramis, hast du Wachl? Nee. Nee. Irgendwer, was das als Holzschwert findet, dann gibt es mir, also wenn der Schmerzschwert hat. Ich weiß, wo noch die Truhe ist, hier habe ich vorhin. Das ist so cool. Das ist ein Enchanten-Cable, geil, oh. Oh, das hier. Den Wegen. Ich glaube, wir sind dummer durch den Wald rum. Wo bist du denn gerade? Man weiß, dass das irgendwo... Im Dschungel irgendwo. Komm, aber... Hä, wie soll man da drüben? Ach, jetzt soll man da drüben bei dem Dschungel. Nee. Da haben wir was drin. Da drin. Jetzt ist hier so eine Sandplattform. Ui. Ui. Jetzt geht's aber nicht. Ui, ui. Ich nicht. Ui. Ich hab euch gekriegt. Hier war eine Tür, ich glaub's. Ey, darf man Getreide abernten? Ne Truhe. Weiß ich gar nicht. Warum? Warum dann? Da machen wir uns schon. Scheiß mal noch. Jetzt bei so einer Hängerhütte, äh. Ah, ich weiß nicht, wo du bist. Dann hol mich. Hier waren wir schon drin. Wo waren wir uns an? Na, ich kann nicht jetzt. Ich weiß, wo du bist. Hier ist noch ne Truhe drin. Immer gleich mein Schwert. Alter, Melone, Melone, Melone. In der, auf dem Teil. Na, Spontor geflogen. Kacke. Na. Da ist ein Chicken. Mann, wie da schon drin häkeln? Alter, Melone. Ah, ich seh die Brücke. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Wo noch die Brücke. So, dann hängst du auf der anderen Seite. Ein Schaf. Ne, dich nicht. Ich bin da gerade. Du musst auch Kies-Chip sein. Jetzt, äh, auf der Gebrauch. Warte, ich komme. Hm. Na ja. Warte, ich komme, komme. Von wo sind wir gekommen? Von da? So. Nee. So, ich kann dich nicht auf der Brücke drehen. Von hinten? Auf ne anderen Brücke. Von wo? Hinter dem Haus. Wo ist denn das? So. Hä? Also laufen wir weit weg vom Spawn. Ich bin ganz in diesem verkackten Dschungel. Sind wir jetzt auch. Ah, ich seh den Dschungel, Simon. Nee. Der ist gigantisch. Hier gibt's aber irgendwie fast gar nichts. Doch, du musst auf jeden Baum gucken. Irgendwann findest du die Truhe. Ich hab eine Truhe gefunden. Die war aber weiter unten. Hast du Rüstung, Simi? Ja, ein paar Schuhe. In Gold. Ja, ich hab ein Goldscherf. Juhu. Ja, was ungefähr so für irgendwie Stein. Ich hab überhaupt nicht gehört. Lord, ich fiel deine Laberkleine. Mein Gott, da ist irgendeine Lina oder was? Ich bin bei so einem Riesengebäude. In der Mitte. Das ist so ein Tempel oder so. Geil. Da war ich. Da war ich. Warte, da sehen wir nicht viel mit rum. Bin auch bei irgendeinem Tempel. Ist es kaputt oder wie? Das ist so ein Tempel und da drüber ist und Baum oder so ein Scheiß. Aber warum, ich will nochmal das aus, was noch eine Kiste ist? Warte mal. Kann ich nicht, wie gerade beim Selben? Ich glaube, ich sehe nicht. Nee. Juli, na? Die laufen gerade bei den Berg runter. Ja, zwei Seen haben sich gefunden. Ich muss mal gucken, was hier drin gibt. Das ist ne Fall, oder? Ey, ich hab zwei Leute. Ist jemand bei einem Dschungelbiom, ähm, da wo ein Baum zu da ist? So, ist so ein komischer Baum und leines Haus ist bisschen kaputt. War da hinten ne Werkbank? Nee, wir sind, wir sind, äh, bei so nem Tempel. Oh, scheiße, Spinnenweben. Vielleicht hat er das Gegner hervorbringt. Nein, nein, nein. Ich check nicht, wie man denn alles aufmachen soll. Nein, ach, Scheiße. Ey, ich bin da auf dem Berg, ich weiß nicht, wie man auch... War da hinten ne Werkbank, war da hinten ne Werkbank? Vielleicht muss man da was drauflegen. Aber... Ich hab' keine Lust. Nö. Lass mal anders sehen, Juli. Ah, da oben ist ne Kiste. Wie soll ich da runterkommen, denn jetzt leckst du mir doch die Müsse. Okay. Das ist ne Brücke. Äh, hier. Da oben irgendwo. Äh, soll man denn da hochkommen? Was ist denn das? Das ist ein Eingang. Hier, da oben, Holz. Ja, mal gucken, was da ist. Zwei gebratenes Fleisch, nochmal zwei Eisen, geil. Ich brauch... Hast du mich überleben? Äh, Alter. Alter, ich will es auch nicht finden. So, ich hab zwei Gegner gefunden, ja? Hast du gesagt? Ich brauch... Ne, hier kamen wir her, oder? Essen. Vielleicht ist da oben ja noch was da drin. Alter, ich hab zwei Gegner gefunden. Kommt. Ah, interessiert ja, nehm. So, jetzt gehen wir halt mal zu den Steinruinen. Hier noch einen Berg, wo es ist, nehm. Ist da nichts mehr so? Ja. Ich glaub, es ist ja. Ja, ist ein Baum. Ränder zu vieler Raum ist. Hm. Doof. Schubs mich nicht so. Alter, ich hab zwei Gegner gefunden. Freut mich, ein Watt, kurz. Ja. Hast du was? Ne. Da oben, wo das Wasser rauskommt, ist hundertprozentig was. Ich kann kaum noch sprinten, ey. Ne, da unten am Wasserfall ist was. Ich muss mir meinen Hunger öff heben. Ah, hier sind Kühe, ey. Reicht töten. Ich komm, ob da auch noch irgendwas drin ist. Theoretisch. Die Map ist grad ein bisschen schlecht geladen. Ey, sieh mir, wir haben fünf Eisen. Ich könnte mir einen Eisenhill machen. Oder soll ich lieber von Eisens Schwert aufheben? Ich würde ein Schwert machen. Ja, aber ich hab fünf. Hm, egal. So, Juli, lass mal ein paar Kühe töten. Nee, ich hab's okay. Oh. Ich will da oben zum Wasserfall. Ich springe dich dafür. Warte, warte. Warte, warte. Ey, das ist noch ein Truhe. Alte Kildruhen sind hier gar nicht versteckt. Oh, da sind wir wieder in diesen eklhaften Dschungel. Zwei Spinnenweben, Brot- und Lederstiefel. Die kannst du haben, weil ich hab schon was. Zwei Spinnenweben. Ich bin Möck bin. Ah, das ist eine Truhe, du hast da oben drüber. Ey, Simi. Ja? Wir haben eine Truhe, Spinnenwebe. Wir dürfen die jetzt auch platzieren. Wie in der Truhe finden. Ja, wir haben Spinnenweben in der Truhe gefunden. In der Truhe, ja klar. Wenn alles in der Truhe ist, dann könnt ihr nur benutzen. Hieß einer. Weil dann könnte man nicht, wenn man... Wenn man nämlich grad am Weg von einem ist, schnell ein Spinnenweben hinsetzen, dann ist er, ja. Ich kann mir was in meine Dings reintun. In meine Suppe. Ja. Juli, wohin gehst du? Ja, ich finde nix. Was? Ich, ähm, mache Füße. Alter, guck mal da oben, die Hänge doch. Ich will mir grad auch eine. Du kannst ja auch so im Inventar machen, ne? Einfach die Pilze irgendwo platzieren und die Suppe irgendwo platzieren. Das geht. Müssen nicht übereinander sein. Echt? Ja, das geht einfach so. Ja, Debitor, Peart, äh, Pilz, also alles gab es für eine Pilzsuppe, Alter, zwei Truhen. Und dann hat er gesagt, ja, da brauch ich ne Workbench zu. Ja, das stimmt eigentlich, wusste ich aber auch nicht. Da oben sind welche, Juli. Und Wasserfall. Wieso ist da nichts drin, aber okay, dann war das ein Bug oder so. Aramis und, äh, irgendwo anders, die sind da oben. Ja, Arie. Ich brauch ne Workbench. Wer ist da, ey, ich brauch, hat, hat jemand ne Workbench, dann kann ich mir zwei Eisenschwerter machen. Nee, Workbench, dann bin ich irgendwo im Wohnzimmer. Um Spawn. Nein, um Spawn ist. Alter, wie laut ist denn das Wasser? Sebi und, äh, Aramis. Hi. Na? Also seid ihr aus unserem Team? Nein. Sebi, du bist aus unserem Team, ne? Wir kommen in den Brief. Sonst hätte ich noch nichts angegriffen und ich würde mit dir reden, weil ich sonst... Äh, ein Huhn? Lass mal weitergehen. Da geht's zum... Ich geh einfach hier lang, weil da in den Dschungel hab ich keinen Bock zu gehen. Oh, mach nur. Dann kannst du noch in der Wind melden. Ey, tja. Wo seid ihr alle hin? Nein, 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 da waren wir schon. Ja, aber Dschungel hast du Lust drauf, okay, in gewaltigen Dschungel? Nee, das ist so ne Höhle. Das ist ne Höhle, hier. Der Lotus, ich hab davor zwei andere noch wieder gesehen. Ich geh mal in die Höhle. Jum, jum, jum. Ich find die Map cool. Okay. Küste! Holz, Schwert, Fünfte und ne goldene Höhle. Warte mal, ich hab noch ne Idee, hier oben. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ihr habt halt schon ein Schwert, da ist ne Druckplatte. Das ist ne Druckplatte. Kette bringt mehr als Gold. Erkenntnis des Tages. Hier ist ne Druckplatte, aber da passiert nichts. Find nix, ne? Hat jemand ein Schwert? Ja, ich. Ich hab nur so ne Holzdings. Also, sieh mir, brauchst du Wert? Joa, ich hab nur ne Holz, äh, Axt. Cool, danke. Geht's denn nicht laut. Oder? Scheiße. Äh, ja. Ah ja, das geht gut. Bis jetzt hab ich jemanden gesehen. Ich hab schon zwei Leute gesehen, einmal, aber die ist schon noch ein bisschen her. Wer weiß, wo die sind. Oh, das ist ne Truhe! Siemens! Da oben auf dem Baum ist ne Truhe. Weiß, wo war die jetzt? Ja, ich hab sie! Jaaa! Ich geh mal hier lang. Wie soll man da hochkommen? Ich brauch ein paar braune Pilze. Kann ich mal die mal essen? Jaaa. Pilzsuppe! Jaaa, ich hab jetzt ein paar braune Pilze, dann kann ich mir ganz viel Pilzsuppe machen. So, hier ist ne Ruine. Wir brauchen Pilze. Ja, bei der Ruine waren wir auch schwammig. Ich hab' eine Küste. Ich höre mich hier. Das liegt toll. Ja, gar nicht. Ein Holzschwert. Ein Holzschwert mit nem Apfel hab ich gefunden. Da hab ich zwei Holzschwerter. Nice. Ja, das ist auch ne Küste. Au, 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 au. Also, bei Wäldern ist es immer gut nach oben, äh, auf den Bäumen ausschauzuhalten. Das sind die meisten. Ich brauch Essen. Ja, ich hab was für dich. Ich hab auch nur noch einen so'n Hungerscheiß-Dienst. Ah, da oben siehst du das auf dem Halbberg da oben? Jetzt spring! Da sind Kekse. Die machen nicht, wenn das sagt. Hm. Das ist noch ne Truhe, Juli. Ja, nur Trun. Rote Pilze hab ich genug, aber ich hab' komm' braune. Äh, gib' mal die roten, gib' mal die roten, ich hab' ein paar braune. Hm, das war' ein braune. Alter, wie hoch, ne? Weinst du dich da? Stop. Lass dich essen. Nein, da war's schon so'n Penner. Hm, da war's schon so'n Penner. Hm, da war's schon so'n Penner. Hm, das ist nur Wasser. Ich hab' einen da vorne. Hm. Hm. Hm, äh, da ist mal da oben auf dem Berg, den da siehst du den? Na, Frank. Was ist, Juli? Ich hab' einen. Ich hab' einen. Ich hab' einen da vorne. Äh, hier. Sieh mein Fahrrad, komm mal hoch, hier ist was. äh, wo sitzt du hin? äh, wir sind gerade weitergegangen äh, ich guck mal, ob ich dich sehe du bist wahrscheinlich rechts gegangen, wir sind links gegangen, links um den Berg wir sehen dich hier was ist denn das? obsidian ja, ok ob was war in der Truhe drin? ja ähm, Lederharnisch und Schüssel Schüsseln können wir mal gut gebrauchen ich sterbe gleich wer? ich ein halb ich hab ja noch ein geberatnis für die Sch- man erwarte mal, Lukas danke kein kein Ding so hier ist mein brauner Pilz oh, ne Truhe yeay da oben Melonen und einen goldenen Apfel und ne Schüssel, wer braucht äh, hier ist nur ein bisschen zu essen drin Aramis, kannst du den goldenen Apfel nehmen? da ist nur ein goldenen Apfel drin ey, die März ist größer, aber wir sind nicht rum, gell und ne Schüssel, hat jeder jetzt ne Schüssel? also ich hab ne Schüssel damit wir immer auffüllen können ich hab auch ne Schüssel mehr Grafton ich hab auch ne Schüssel mehr Grafton Schommi ist nicht ganz alleine, wir sind ganz eine Gruppe Na, ich bin mit jemanden, lol ich bin mit jemanden, lol da bin ich da Lotus, was findest du für Blöcke bei dir? Lotus? da sind Feinde mit der Trollface Maske und äh, da oben hier die schießen von da oben runter boah, die sind auch voll fett gepanzert hier oben hier oben Sebi hier Aramis, hier oben da oben sind Wäsche zwei Stück wo denn? wo denn? ich bin in der Mitte von Baum da liegen noch meine Ethels wenn ihr an Spawn geht und ein bisschen auf dem Baumhose liegt mal eine Ethels ich hab eh noch Scheiße da oben sind sie irgendwo da oben sind sie irgendwo Kass Jo, rein User disconnected from your channel die sind hier irgendwo wo denn? das ist auf jeden Fall was da ist auf jeden Fall was die voll aus ja DRAGON ist da, DRAGON hinter uns Rauf, Rauf, Rauf helfen mir mal ich bin tot DRAGON hat mich getötet nein sie hat mich getötet bin ich der Erste der tot ist? ne also Schwamm ist jetzt tot ich bin tot Slash Slash watsch war das glaube ich Slash help ähm ähm äh julia du weißt du bist jetzt auch gleich sterben gell also ich bin schon tot Schwamm ist schon tot zwei aus unserem Team sind schon tot aber ich vermisse mich ihr drei lebt noch ne ich auch wenn ich ein Eisenschwert habe sind die tot ich glaube ich habe sie abgeholt ich glaube ich habe sie abgeholt hier nochmal werbung für den Entwickler der Map verreide hat er echt awesome gemacht perfekt ich freue mich schon auf die nächste war Hunger Games Map ich habe sie abgeholt ja ich bin tot wie macht man das mal mit dem Fliegen Nein Juli du bist rot da kann man nichts machen Schöpfer wie kannst du fliegen also 2 mal leer was 2 mal leer kannst du 2 mal leer kannst du diese keine Stadt nicht nö ich bin doch irgendwie grad nö wer lebt noch ich nicht ich ok verfolgen die dich noch ne tun sie dich noch doof also äh Sebi du lebst noch dann äh Aramis lebt noch ey zu wie viel sind die noch die sind noch zu alle haben die glaube ich noch die sind zu sechst was noch? hallo? 6 zu 2 oder was? doof boah ich darf die ganze Scheiße erstmal rennen dann die ganzen 2 Stunden 45 Minuten Special und dann das nochmal Aua Aua ich hab Angst zu verfolgt glaube ich ja gut dann folgt jetzt noch guck mir mal zu ja geht ja nicht schön wie macht man das nochmal? doch mit spectate oder? spectate spec net geschrieben spectate no player target spectate wie heißt du? hm? wer bist du? ibiza genau ok warte alles klar ich könnte zu glotzen bloß dass sie steht die ganze Zeit nur sterne sie und gar nichts grad sehe hm ich warte bis sie sich alle selber umfällen Moment ich muss mal eben nochmal rein join hm ich bin noch auf ja lol gangsterfreak ist tot ich campe jetzt diese voll viele sind ja schon tot oder wieso stehen die hier drin? hm? spongo ist tot check check alle tot aber die töten mich die ganze Zeit sind die dumm also zu wieviel sind die noch geert gell? ich beobachte mich sehr an er gehts gleich spawn tötet mich schon die ganze Zeit ey siemens ist ja jemand bei spawn der mich killen kann die sind alle hier drin was sind denn die alle äh wo man wenn man stirbt äh wieso sind die alle hier drin? ja besser jemand der mich fühlen kann die sind alle hier drin? was machen die hier drin? hör mal was ist denn los? lotus macht die alle hier drin? wo drin? verstehe ich nicht die sind alle wenn du stirbst äh wo wir am Anfang gewesen sind die sind da alle mit den Waffen und so was machen die hier drinnen? user was moved to your channel user was moved to your channel user joined your channel ist es zu Ende oder was? warum seid denn jetzt alle äh bei mir da? ja keine Ahnung wir können uns nicht wir konnten euch nicht töten also wir konnten dich nicht töten also ich also ihr habt mich getötet ja wir können doch auch noch nicht töten aber wir können den Rest nicht angreifen die sind doch versteckt und der und der wolf kritzl hat mann schwert ich weiß nicht warum das ist ja doof ey das war letzte Runde aber auch ne na gut dann würde ich erstmal sagen denn hier ist er beendet ich würde einfach mal sagen ihr habt gewonnen also das Gegnerteam Schwami wurde getötet ich wurde getötet und boah die anderen konnten nicht getötet werden doch ich doch äh ähm Dings ist auch getötet worden Juli die habt ihr auch getötet ja ich hab ihn gekillt nein Juli hab ich durch Slash getötet Alter wem Gott das ganze Zeug ach so ihr habt ihr ja am Taunk hin oder? hallo Juli hat doch gehacken ja gut dann das war war ne kleine Failnummer aber ich fand die war trotzdem ganz lustig und die Lagen hoch und dann machen wir beim nächsten Mal besser was ist denn das? dass man die nicht töten kann das ist so komisch das ist Nitratobacken kann nicht anders sein ja irgendwie kacke naja ich könnte nur Semi töten was total komisch ist warte mal wo ist das? lass uns mal kurz Gangster wo ist ähm Wolf mach mal kurz Selbstmord warum? du machst mir das gleich Sport und dann Selbstmord bitte ich will wissen ob das daran liegt ja ich will es nur allein reiten wenn du einmal gestorben nimmst dann Dankeschön euch für's mitspielen fürs Zuschauen Leute und ich bring uns aber beim nächsten Mal wieder dann komm mal runter mach Selbstmord ne? tschüss warum ich hab so viele Sachen egal dass du willst